Wie gesagt, MAN klappert immer alles irgendwie, gefühlt. Was, die Straßen, hier sind so verzerrte Roll. Tolle Location für den WDR, hier gibt's ja mal WDR. Nix WDR, DSW, zack, zack, rein. Eigener Fernsehsender, jetzt geht's aber los hier. YouTube. Ach guck mal, da sitzt er mit seiner Wolldicke. Der Daniel ist der, der das mit dem YouTube macht. Ja, unser Regisseur. Nächstes Mal bringt er sich noch ein Kopfkissen mit. Der Sklaventreiber. Aha, ich kann nie mehr. Man muss sich mal ein bisschen bewegen.